Jung und dumm und zwischen den Fronten verheizt. Wenn ihr während eines Feuergefechtes missbaut, dann garantiere ich euch verdammt nochmal eine Ausreise aus dem Busch in einem Leichensack. Oliver Stones Abrechnung mit dem Vietnamkrieg. Ausgezeichnet mit vier Oscars. Ich hab dich da rausgelaufen, das ist nicht deine Chance. Du bist kein Exekutionskommando, du möchtest! Nein, wir ziehen bei uns! Bei Kinowell TV.